Darf der Ehemann die Frau von ihren Eltern abhalten? Das kommt darauf an, was hier gemeint ist. Ich schildere eine Situation. Wenn zum Beispiel die Frau von ihren Eltern vehement beeinflusst wird, extrem beeinflusst wird, dass sie Fitner machen, Versuchung stiften zwischen dem Mann und der Frau, und das gibt es oder nicht? Das gibt es zu Genüge. Dann hier hätte er recht, wenn er sie davon abhält. Zumindest soll er sie natürlich weiter die Eltern anrufen lassen, in seinem Beisein, wenn er befürchtet, dass diese Eltern einen Keil zwischen dem Mann und der Frau machen wollen. Wenn das aber nicht der Fall ist, so sollte er Allah azzawajal fürchten und sie nicht von ihren Eltern abhalten, denn die Eltern sind das Paradies von einer Person. Untertitelung des ZDF für funk, 2017